Sollte man das iPhone 11 im Jahr 2023 noch kaufen? Hey, ich bin's Martin, ich habe über die letzten Wochen den Test gemacht und wie genau das Fazit dazu aussieht, das erfahrt ihr in diesem Video. Fangen wir mal beim Design an. Das iPhone 11 ähnelt dem direkten Vorgänger, also dem iPhone XR, sehr stark. Im Prinzip ist das Gehäuse gleich groß und bietet auch das gleiche Gewicht, lediglich die Kameralinse sieht etwas anders aus und das Apple-Logo ist weiter nach unten gerückt. Nur daran kann man erkennen, dass es sich hier also um mein iPhone 11 handelt. An sich festigt das Gerät sehr angenehm an, sieht meiner Meinung nach sehr zeitlos aus und macht einen wirklich hochwertig verarbeiteten Eindruck. Allerdings ist mein Fazit, dass das Gehäuse wirklich sehr schnell Kratzer anzieht und auch die Rückseite nicht unverschonend von diesem bleibt. Daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, sollte man das Gerät für eine längere Zeit benutzen wollen, eine Hülle zu verwenden, das machen aber dennoch wahrscheinlich eh die meisten Menschen. Auf der Vorderseite, da haben wir ein Display, das tatsächlich auch genau das gleiche wie im Vorjahr, also im Jahr vom iPhone XR ist. Wir haben hier ein Retina-LCD-Display mit einer Bildschirmauflösung, die gerade einmal 828x1792 Pixeln, also alles in allem nicht mal Full HD entspricht und das ist sehr enttäuschend. Klar, im Alltag wird man es nicht unbedingt bemerken und mit dem bloßen Auge, daher der Retina-LCD-Begriff, kann man eigentlich keinen einzelnen Pixel erkennen, wenn man nicht genauer hinschaut. Dennoch bemerkt man vor allem im Vergleich mit anderen Smartphones, die eine höhere Bildschirmauflösung besitzen, dass da definitiv irgendetwas fehlt und dass die Bilder nicht ganz so scharf wirken, wie bei anderen Geräten. Zusätzlich bietet das Display auch kein OLED-Panel, sondern eben wie gesagt ein LCD-Panel und das heißt kurz gesagt einfach, dass die Schwarzwerte wirklich nicht die besten sind, sondern einfach bloß dunkle Graustufen und auch die Farben könnten definitiv lebendiger sein. Dennoch muss ich sagen, zählt das Display nicht zu den schlechtesten LCD-Displays. Man hat definitiv Farben, die schon sehr angenehm zum Anschauen sind. Allerdings ist sehr wichtig zu erwähnen, dass wir hier auch bloß 60 Hertz bekommen. Die meisten modernen Smartphones bieten nämlich 120 Hertz, also die doppelte Bildwiederholrate und gerade hier merkt man eben, wie alt das Smartphone mittlerweile schon ist. Ein Punkt, an dem man das Alter des Gerätes aber nicht merkt, das ist der verbaute Prozessor, nämlich der A13 Bionic. Im Prinzip läuft im Alltag alles ohne Probleme. Vor allem die alltagsnormalen Apps, wie beispielsweise Instagram, Twitter oder einfach nur der Webbrowser, die laufen ohne Probleme. Wenn man sich einmal an die 60 Hertz gewöhnt hat, wirkt das Betriebssystem also dennoch relativ flüssig. Wir haben hier iOS 17 und das ist eben die neueste Softwareversion von iOS und vermutlich wird das iPhone 11 auch noch weitere ein bis zwei Jahre diese neueste Softwareversion bekommen, was definitiv ein Punkt ist, der für das Gerät spricht. Seid ihr also ganz normale Alltagsnutzer, dann braucht ihr euch meiner Meinung nach überhaupt gar keine Gedanken um den Prozessor machen, da dieser eben wirklich noch ziemlich gut abliefert. Aber kommen wir mal zum Kamerasystem. Dieses besteht aus zwei Linsen, und zwar einem Weitwinkel- und einem Ultra-Weitwinkel-System und ich bin sehr begeistert, vor allem von letzterem. In vielen Situationen ist es einfach ultra praktisch, wenn man Ultra-Weitwinkel-Bilder machen kann und das ist beispielsweise der Fall, wenn man jetzt in kleineren Räumen steht und diese fotografieren möchte oder vor einem Gebäude, das ja größer ist, als man zuerst vermutet und wenn man das Ganze eben auf sein Smartphone bekommen möchte, sind Ultra-Weitwinkel-Sensoren und Ultra-Weitwinkel-Linsen einfach eine sehr gute Lösung. Klar, die meisten modernen Smartphones bieten es und auch das iPhone 11, was meiner Meinung nach ein Punkt ist, der definitiv für das Gerät spricht, obwohl es schon so alt ist. Außerdem könnt ihr mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera genauso wie mit der normalen Weitwinkel-Kamera 4K-Videos bei 60 FPS aufnehmen. Und das ist ja auch heute noch ein ganz guter Standard. Aber wie schauen die Bilder und Videos denn überhaupt aus? Nun, ich habe es getestet bei gutem und bei schlechtem Wetter und ihr seht die Ergebnisse ja gerade selbst. Die Bilder können eigentlich echt ganz gut überzeugen. Egal wie hell oder dunkel es gerade ist, es macht einfach sehr Spaß, Bilder mit dem Gerät zu machen. Die Farben sehen gut aus, der Nachtmodus sorgt eben auch dafür, dass Bilder bei Nacht sehr gut aussehen. Man muss das Smartphone dafür lediglich ein bis zwei Sekunden stillhalten und alles in allem ist auch die Schärfe der Bilder sehr überzeugend. Ich mochte es wirklich sehr, Fotos mit dem Gerät zu machen und dabei war mir vor allem die Ultra-Weitwinkel-Kamera ein sehr positiver Faktor. Für Videos gilt da etwas Ähnliches. Auch diese machen einen wirklich guten Eindruck. Etwas kritischer wird es aber dann, wenn das Licht sich etwas abdunkelt, denn Nachtaufnahmen, ja, die kann man eigentlich quasi gar nicht gebrauchen und das ist eben ein Punkt, an dem man das Alter des Gerätes durchaus bemerkt. Aber beim ganzen Filmen und Fotografieren könnte natürlich auch irgendwann der Akku ausgehen. Könnte man meinen. Ich habe ein Gerät mit einer Akkukapazität von 100% im Jahr 2023 benutzt und das Ganze funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich komme locker auf meine 5-6 Stunden Bildschirm-Nutzungszeit im Alltag und für die meisten Leute sollte das für einen Tag der Nutzung, für viele sogar für zwei Tage komplett ausreichen und dann lädt man das Gerät eben über Lightning wieder auf. Seien wir mal ehrlich, Lightning ist nicht unbedingt der beste Standard, allerdings funktioniert es noch ganz okay. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass die neueren iPhones mittlerweile auch USB-C bieten. Verblüffend gut. Das ist mein Fazit zum iPhone 11 im Jahr 2023. Zumindest wenn man sich in Anbetracht zieht, dass das Gerät mittlerweile schon vier Jahre alt ist. Ich finde, man kann das Smartphone wirklich noch ganz gut im Alltag benutzen. Dinge wie die Ultra-Weitwinkelkamera, ja, die Software-Version von iOS 17, der Prozessor, der wirklich noch ganz stark ist und auch das zeitlose Design machen einfach Spaß in der Benutzung und ich finde, da macht das Alter des Gerätes einfach gar nicht so viel Negatives aus. Natürlich muss man sagen, dass der Akku nicht mehr wirklich, ja, konkurrenzfähig im Vergleich zu heutigen Smartphones ist. Das Display ist meiner Meinung nach echt etwas lächerlich und ja, alles in allem gefällt mir auch nicht, dass das Gerät so schnell Kratzer anzieht. Das ist auf jeden Fall ein Fakt, der das Smartphone sehr schnell altern lässt und mir nicht gut gefallen hat. Auch Dinge wie 5G werden noch nicht unterstützt und alles in allem muss man eben sagen, dass das Gerät selbst bei seinem Release nicht zu den Top-Iphones gehörte, sondern eben das Baseline, also quasi das normale iPhone war. Würde ich euch das iPhone 11 nun im Jahr 2023 noch empfehlen. Das kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Art von Nutzern ihr seid. Ich persönlich beschäftige mich sehr viel mit Smartphones und selbst ich kam ganz gut mit dem Gerät aus. Klar, einige Kompromisse muss man machen, aber sind eure Ansprüche nicht allzu hoch, muss ich sagen, dass ich euch das iPhone 11 im Jahr 2023 tatsächlich noch empfehlen kann. Habt ihr nun noch irgendwelche Fragen zum Gerät, dann schreibt mir diese auf jeden Fall gern in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald.